leute was gab herz kommt zu einem neuen video auf dem kanal game axel heute bewertigt alle 18 zweitliga stadien genau ich werde in die kategorien bundesliga niveau schön geht so kenne ich nicht hässlich kenne ich nicht ändern wir um in naja um bundesliga niveau in super super schön passt okay die fällt ins arena manche nennen sie turnhalle manche nennen sie geilste stadion der welt ich nenne es eines der geilsten stadien der welt super schön ich finde es einfach geil und das ist alles nur keine turnhalle ja fc schalke 04 stadion fällt ins arena auf die 1 ich mache heute noch eine challenge schaffe ich es alle stellen zu benennen nummero 2 heinz von heiden arena hannover 96 großes stadion sieht sogar ganz okay aus aber es ist halt nie voll gefüllt außer gegen schalke hsv oder sowas daher ich pack mal in schön schreibt sehr gerne in die kommentare wie was würdet ihr anders machen und jetzt sagen ja fällt die darina ist eine turnhalle aber auch hässlich ja könnt ihr schreiben wenn ihr wollt wenn ihr es doch findet aber ehrliches feedback daumen nach oben kanal abonnieren glocke aktivieren nicht vergessen bibibank wildpark aka das wildpark stadion super schön ich lieb's ich bin ksc fanboy ist fanboy ksc fan und deswegen wissen fanbrille auf und ja super schön auf die 1 hsv volkspark stadion hätte ich auch gesagt super schön hätte ich gesagt super schön ehrlich einfach ein tolles stadion muss man nicht viel zu sagen wirklich wo man was zu sagen muss ist dass wir home deluxe arena war bin ich gut stadion vom sc paderborn ich weiß nicht was ich davon halten soll ich finde es nicht sogar ich werde ehrlich nicht so super 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 geil daher daher ja also ich finde es wirklich nicht das beste stadion muss jetzt wirklich nicht sein ja geht noch einiges mehr was ich cool finde sind diese solarzellte auf dem dach die finde ich also ganz cool ansonsten finde ich hat jeder natürlich noch mal seine eigene meinung das ist jetzt nicht so ansprechend so ich habe keine ahnung wie das ding heißt ich finde es auf jeden fall hässlich aber es ist auch im umbau das stadion vom sv elversberg es ist noch im umbau ich finde es aktuell hässlich und jetzt die frage wie heißt das ding keine ahnung lukspark du heißt es schon vom saarbrücken kaum elversberg der wir heißen das staat wie heißt das scheiß stadion keine ahnung so die afnet arena von magdeburg geht so geht so sage ich wirklich geht so ist einfach okay ist nicht gut also nicht krass gut aber auch nicht schlecht was ich allerdings naja das böllernfall tor stadion und heimatstätte von darmstadt 98 an sich finde ich ganz gut aber dass diese tribünen unterschiedlich hoch sind das triggert mich und dass das nicht so komplett rund ist sondern nur so einzelne tribünen sind aha nicht sogar nicht sogar von außen gesehen die merko spiel arena ein parkhaus muss ich so sagen das ist einfach nur ein parkhaus von innen diese sitze hässlich das sollte damals zur wm 2006 haben die das gemacht damit so aussieht als selbst wenn es nicht voll ist nicht zur wm 2006 generell haben die es gemacht weil das ja ein relativ großes stadion ist das heißt wenn es nicht voll ist dass irgendwie so aussieht als wären leute da sieht minimal so aus ich finde es aber scheiße dinge man sollte es in den vereinsfarben machen und dann auch so lassen bin ich kein fan davon deswegen sage ich ehrlich hässlich was haben wir hier sportpark rohndorf naja geht dass hier zum teil die tribüne höher ist als dann hier weiter die fans naja aber solide finde ich noch besser als sowas wie in elversberg oder in düsseldorf der betze der betzenberg finde ich schön aber wenn du in betzenberg in beim fc kaiserslautern wie ich es letztes jahr war und auch dieses jahr wieder sein werde beim südwest derby bist ksc kaiserslautern und dann stehst du deinem auswärtsblock dann hast du da rechts diese riesen betonklotz im auswärtsblock ist es jetzt nicht so schlimm aber wenn du so auf der nicht haupt tribüne gegenüber von der haupt tribüne sitzt rechts neben dem auswärtsblock dann siehst du die auswärts fans nicht mal und das zu einem ewig weiten bereich das ist ehrlich krass das finde ich nicht so geil deswegen nicht super schön sondern nur schön an sich historisch geiles stadion muss ich auch als ks tifan anerkennen sieht einfach super schön aus nicht super schön das sieht einfach schön aus nicht so schön sieht das stadion von preußen münster aus ich mache mir nicht mal die mühe nachzudenken wie das heißt kaum preußen münster stadium keine erinnerung ja ich weiß nicht was ich zu sagen naja ist ganz okay ist ganz okay aber bevor ich das hier noch bewerte ich finde diese laufbahn außenrum ich finde es schlimm ich finde es einfach nur schlimm ich hasse laufbahn in stadien weil diese du bist dann ewig weit weg vom spielfeld die kulisse ist nicht so geil und auch diese auf richtig weit offenen stadien da geht so viel stimmung verloren genauso in ulm in der was weiß ich was arena donau stadion wo bin ich gut aber gutes stadion schönes stadion max morlock stadion in nürnberg dieses achteck finde ich cool generell finde ich cool sehr historisch und dass sie es umbauen finde ich jetzt auch cool aber die laufbahn ist das einzige sonst wäre es hier ohne laufbahn wäre das ding hier daher nur da okay erste fc köln rhein energie stadion ich überlege gerade noch super schön oder ist es schön es sieht eigentlich schon cool aus aber ja muss man anerkennen neidlos ist super schön rein energie stadion in köln finde ich einfach gut ja genauso wie das stadion von unseren freunden vom olympiastadion super traditionsreiches stadion schon lange existiert das ding für die olympischen spiele 1936 gebaut hammer stadion das ding ohne laufbahn die stimmung wäre so viel besser und wenn das nicht dahinten so ein bisschen offen wäre noch bessere stimmung hertha will ja angeblich ein eigenes stadion bauen ja wenn es ähnlich in ähnliche richtung geht wäre es cool ist halt nicht so toll weil es halt nicht so oft ausverkauft ist und viel er ist vielleicht hört ihr es aber ich bin krank ja und morgen fahr ich weg für eine woche daher muss ich dieses video vor produzieren ja verzeiht mir jan ringsburg keine ahnung wie es heißt ist okay ich finde dieses rot sieht irgendwie cool aus es geht so es geht ist jetzt nicht schön ist aber auch nicht mega hässlich genau wie bei magdeburg in der afnet arena ja gut was soll ich sagen ist okay das eintracht stadion historisch cool finde es runde cool laufbahn naja ich finde es geht so damit sind wir schon am ende des rankings angelangt und ich habe sogar bis auf preußen münster da wusste ich nicht wie das stadion heißt regensburg wusste ich nicht wie das stadion heißt ansonsten wusste ich alle verfickten haben wobei elbersberg noch aber die gut das war es aber auch vom heutigen video ich wünsche ich doch noch einen wunderschönen tag bis nächstes mal uuuuut ciao